Und damit Willkommen zurück bei Final Fantasy X HD Remastered. Ich habe gespeichert, nachdem wir, ja im letzten Part, uns Seymour Guado uns irgendwas gezeigt hat. Und jetzt gehen wir mal nach oben in dieses Abyssum. Ich kann das nie so richtig mal aussprechen. In dieses komische Abyssum. Moment, hier hoch müssen wir, ne? Ja. Da rein müssen wir jetzt. Ich gucke mich um. Ne, hier liegt kein Büchlein. Ich bin gespannt. 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 Ich bin nicht da. Ich bin Angst. Ich kann mir schon denken, was Auron zu verbergen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Du bist noch hier. Okay, gehen wir die Toten besuchen. Geisterstunde. Hm. Geisterstunde. Was? 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 Oh! Die Far-Plane war cool, aber ich konnte nicht mehr Gedanken über Yuna. Sie Eltern, sie sind so glücklich zusammen. Aber mich hat mich Angst, dass vielleicht sie sehen würde, dass Yuna wirklich die Vorstellung von Seymour zu machen. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so schlussisch. Ich weiß nicht, dass du nicht gegen mich bist. Ich habe das Spiel. Ich bin ein Guardian von hier, du kennst. Der Mann sieht sehr wie dich. Er kam mit ihm an. Ich dachte, vielleicht du warst irgendwo. Aber dann wieder, hier bist du auf der Far-Plane. Ich weiß nicht, dass dein Platz hier ist. Also, wie warst du? Oh, den Mann, den ich dir gerade erzählt habe. Ich habe ihm eine Schwert. Er mag es. Wow, es leuchtet jetzt noch stärker. Und jetzt Philo. Er ist tot und ich bin noch immer wieder. Ich bin noch nicht mehr so schnell. Ich muss mich noch mehr auf dem, was ich jetzt machen muss. W-W-Wat? Ich bin noch nicht sicher, was ich sage. Ich meine, dass du nicht so schlussisch, dass du Schapu hinterlassen musst? Ich bin sicher, dass er ein guter Mann ist, aber nicht mehr andere. Hm. Das ist eine Möglichkeit. Hm. Wie geht's mit Wakka? Ja, ihr zwei gut geht. Gettet ihr gut geht. Gettet ihr gut geht. Gettet ihr gut geht. Gettet ihr gut geht. Oh, sorry. Ich habe ein Fehler. Gettet ihr gut geht. Gettet ihr gut zu erinnern. Gettet ihr gut zu erinnern. Gettet ihr ein bisschen über Frauen, vielleicht kommen in Hande, ein paar Mal. Ja, ich werde erinnern. Ich werde nicht vergessen. Ich werde nicht vergessen. Gettet ihr gut, Schapu. Du bist immer gesagt, ich kiegel blämmert. Aber es war das noch so glücklichste. Die war das Leben von meiner Welt. Warum nicht immer besser bein nennen jemanden? All you have to do is to think about them. Warum nicht immer besser bein nennen... nicht, Alter. Also, Uhna? Ich habe es geschafft. Oh? Really? Das ist gut. Ich erinnere mich, als ich nur 7 Jahre alt war, in Bevelle, der Tag. Mein Vater hat Zinn verletzt, und die ganze Stadt war in den Straßen. Alle waren lachen. Sie sahen alle so glücklich. Wenn ich Zinn verletzte, das würde jeder glücklich machen, würde ich nicht? Ich muss machen, was jeder will, nicht nur was ich. Wir gehen zurück. Du musst sagen, Seymour. Bevor das, call Sir Jack. Gib ihn mal. Huh? Keine Angst. Er wird nicht kommen. Trying nicht zu denken über meinen alten Mann macht mich über ihn, natürlich. Sie hat gesagt. Er ist nicht hier, weil er nicht tot ist. Er ist Sin. Das bedeutet, dass er vivo ist. Wenn mein altes Mann wirklich ist Sin, was würde ich sagen, zu Yuna? Heck, zu allen in Spira. Wait, warum sollte ich ihn nicht zufrieden? Ich würde ihn nicht wiedersehen. Was machte du ihn so verletzt? Alles, was er machte mich so. Alles, was er machte mich so. Alles, was er machte mich so. Es war seine Schuld, dass ich und meine Mutter... Mom? Es ist sie. Sie ist sehr schön. Entschuldig? Aber... 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 ... ... ... Niemand hat die Sendung gemacht. Sie sollte die Todesendung akzeptieren, während sie noch alive war. Woe, da. Das ist meine Mutter. Oh, Entschuldigung. Hm. Es ist okay. Ah. Ich denke, ich habe einfach... ...eine Sache herausgefunden. Was? Warum ich meinen alten Mann hate. Sie? So habe ich ihm gesagt, was ich dachte von ihm, genau da. Was? Really? Of course. Ich denke, aber... Mami! Just eine Sek, dear. Als mein alter Mann hatte, meine Mutter nicht sogar auf mich. Vielleicht ist das, wenn ich ihn begleitete. Ich habe sogar Angst. Wenn er uns verlassen hat, hat meine Mutter nur ihre Energie verloren. Dieses Verhalten eines Vaters kommt mir sehr bekannt vor. Ist sie okay? Warum sollst du die Kinder? Wenn sie sterben, weiß ich nicht was zu tun. Nicht sagen, dass meine Mutter sterben wird. Ich entschuldige. Die Frau neben mir sagte mir, Wenn ein Lovebird sterben wird, derjenige ist, derjenige ist, derjenige ist, nur die Leben verletzt wird, damit sie mit ihren Freund. Es war einfach so. Ich liebe meinen alten Mann sogar noch mehr. Aber wirklich, mein alten Mann... Mami! Just eine Sek, dear. Ah, Kotowin. Du wirst dich, wenn du nicht. Oh man. Hm? I must sound so stupid. I don't think so. How embarrassing. Well? Need some more time. No. I'm ready. Did I miss something? Hehehe. Aber so ein Vater kommt mir sehr bekannt vor. Thanks for waiting. I'll go give my answer to Maester Seymour. Lord Jiskel! Lord Jiskel! He is Lord Jiskel no more. Send him now. Haben verbergt etwas. Moment, ich habe dann eine Truhe, gesehen. Muss ja noch mal kurz rein. Tour. So, Blitzkugel. Dann gehe ich jetzt noch mal eben kurz speichern. Ah, das ist ja noch eine Truhe. Warum ist sie mir nicht aufgefallen? Ah, ich speichere es zur Sicherheit noch mal. Weil es könnte sein, dass es gleich zu etwas kommt. Aber erstmal kurz das Fähre. Bewegen wir dich mal. Hier hin. Benutzen. Ability. Blitzra. Feuer. Eisra. Wasser. Gut. Moment. Moment. Kraft. Benahme. Nein. Mal, bewegen. Na, da. Bewegen. Bewegen So, hey, komm schon Mann Warum kann ich ihn nicht dorthin bewegen? Hä? Seltsam Gut, dann machen wir hier mal weiter Bewegen ihn Dorthin Schlafheb Ah, den will ich eigentlich ungern benutzen Nein, Mann Bewegen So Benutzen Wunder Bewegen Genau, hierhin Benutzen 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 Zauber Perfekt Bewegen Retard Heep Was war denn noch der Retard Heep? Egal Gut, sonst kann ich nicht mehr machen. Okay. Zurück ins Menü und speichern. Verschreiben. Und fertig. Dann wollen wir mal los. I will go. Meet with Meister Seymour. Yuna! Gisco is the Guado's problem, not yours. Was ist das für sich? So, Lulu, what do you think about Yuna getting married? As long as the pilgrimage continues, either way's fine. That's it? What if she doesn't even like the guy? Is that okay? People marry for many reasons. What's that mean? Sometimes marriage doesn't require love, you know? Defeat Sin and bring joy to the people of Spira. Get married and bring joy to the people of Spira. For Yuna, they're just two ways down the same road. All you need is determination. If you have that, you don't need love. I don't know. I just don't get it. I don't know. For a while there, I was a little worried about what was going to happen, ya? We leave as soon as Yuna returns. I trust you'll be ready. Okay. Okay. Ich habe gedacht, das würde jetzt... Ne, dann speicher ich zur Sicherheit nochmal. Man sollte nie zu wenig speichern. Sorry, aber das muss sein. Und danach gehen wir ins Anwesen rein. So. So, wir sind fertig. Dann würde ich sagen, ich beende jetzt hiermit die kurze Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao. Ciao.